Der Lockdown-Light soll bis mindestens 20. Dezember verlängert werden. Das planen die Länder. Auch das Kontaktlimit wird wohl verschärft. Künftig sollen sich nur noch fünf Erwachsene bzw. Heranwachsende aus zwei Haushalten treffen dürfen. Außerdem hat sich Ministerpräsident Söder für vorgezogene Weihnachtsferien an Schulen ausgesprochen. Für Weihnachten planen die Länder Ausnahmen. Genaueres steht aber noch nicht fest. An Silvester sollen die Maßnahmen wieder strenger sein. Ein Böllerverbot steht im Raum. Firmen sollen vom 21.12. bis 3.1. Corona-Betriebsferien oder Homeoffice-Lösungen anbieten. An diesem Mittwoch findet der Corona-Gipfel der Länder statt. Dann wird sich herausstellen, welche dieser Maßnahmen wirklich auf Deutschland zukommen.